Die IG Metall ist mit über 2 Millionen Mitgliedern die größte Einzelgewerkschaft in der Bundesrepublik. Sie vertritt die Interessen der Arbeitnehmer in der Metall- und Elektroindustrie und dürfte den meisten Menschen vor allem durch groß angelegte Streikaktionen ein Begriff sein, die immer wieder auch in der Region Neckar-Alp stattfinden. Federführend hier ist die Geschäftsstelle Reutlingen-Tübingen. Und die hat jetzt ihre neue Führungsspitze gewählt. Die Hub-Grieshaberhalle in Eningener Mittwochabend. Bei der IG Metall-Reutlingen-Tübingen steht, wie alle vier Jahre, unter anderem die Wahl einer neuen Geschäftsführung an. Zwei Kandidaten haben ihren Hut in den Ring geworfen. Claudia Hülsken und Kai Lamparter wollen die zweigeteilte Führungsspitze übernehmen. Und das Abstimmungsergebnis ist mehr als eindeutig. Ich bin sehr zufrieden mit dem Wahlergebnis. Es ist vielleicht ein bisschen überraschend, dass es tatsächlich 100 Prozent sind. Aber ich habe auch vorhin schon gesagt, die Arbeit beginnt morgen. Das ist ein Vorschussvertrauen, was wir hier bekommen haben. Ich habe mir versucht, gar nicht so viele Gedanken zu machen, aber ich freue mich für dieses Vorschussvertrauen. Und das möchten die beiden frischgewählten Bevollmächtigten natürlich nicht enttäuschen. Darum haben sie sich für die kommenden vier Jahre einiges vorgenommen. Die Ziele sind hochgesteckt. Die Mitgliederstärke dieser IG Metall Geschäftsstelle wieder deutlich anzuheben, Tarifbindung weiterhin zu stärken. Und die Unternehmen auch bei einer anstehenden Tarifrunde, insbesondere in der Metall- und Elektroindustrie, bei der Stange zu halten und von Austritten aus dem Tarifträgerverband abzuhalten. Als allererstes geht es jetzt darum, die Tarifrunden, die vor uns sind, Mitglieder wirksam mit den Mitgliedern zu bewältigen, anzugehen und gute Tarifergebnisse, eine gute Tarifpolitik zu machen. Wir brauchen Zukunftskonzepte für Betriebe, die noch von der Transformation abgehängt sind, Stellenabbau. Das sind zahlreiche Herausforderungen, die wir jetzt zusammen mit dem Team IG Metall angehen wollen. Außerdem wollen sich die beiden Neuen an der örtlichen Gewerkschaftsspitze um das Thema Kurzarbeit kümmern und nach Lösungen für die schwache Auftragslage bei manchen Unternehmen suchen. Die 80 Wahldelegierten, die direkt aus den Betrieben in die Landkreise Reutlingen und Tübingen kommen, trauen ihnen das zu. Sonst wäre die Wahl wohl nicht so einstimmig ausgefallen.